Hallo Matthias Hefner, HR Interim Manager. Was sind die Erfolgsfaktoren im HR Interim Management? Hallo Bernd. Aus meiner Sicht sind die Erfolgsfaktoren eine klare Abstimmung der Erwartungen in das Interim Mandat. Ein schnelles Wirksamwerden des Interim Managers, auch in der Hinsicht, dass er dem HR Team aufzeigt, dass er schnell Nutzen stiftet und Unterstützung bietet. Dass schnell aufgezeigt wird der Beitrag zum Unternehmenserfolg, möglich durch Resultate, durch Ergebnisse und ganz zum Schluss ein bisschen Glück. Okay, vielen Dank für dieses Bild Matthias. Gerne.